Statistik zeigt es schonungslos, dieser Spieler hat bei Leverkusen ein Problem. Leverkusen, nach der Länderspielpause steht für Bayer Leverkusen dazu jene vermutlich entscheidende Phase der Saison auf dem Programm. Der amtierende deutsche Fußballmeister ist nicht so tadellos gestartet als erwartet, jene Mannschaft befindet sich in einer Ergebniskrise. Besonders ein Spieler steht zumindest in der Statistik sinnbildlich für dasjenige Formtief. Und dasjenige ist just einer der Überflieger der vergangenen Saison, Alejandro Grimaldo, 29. Der spanische Außenverteidiger kam in der letzten Saison wettbewerbsübergreifend auf 12 Tore und 20 Torvorlagen. In dieser Saison sind es laut dem Datenportal bislang lediglich zwei Tore und vier Vorlagen. Auch jene Flanken des pfeilschnellen Spaniers finden in dieser Saison selten noch Abnehmer, es scheint, wie hätten sich jene Gegner auf jene überfallartige Spielweise der Werks-Elf eingestellt. Das resultiert in einer bislang durchwachsenen Spielzeit, mit allerdings vier Siegen aus zehn Spielen, fünf Unentschieden und einer Niederlage, steht Bayer aktuell auf Posten 4 in der Bundesliga, neun Punkte Distanz sind es allerdings zu Tabellenführer Bayern München. Eine Titelverteidigung ist infolgedessen hinter Niveau der Dinge in weite Entfernung gerückt. Dazu gibt es anhaltende Gerüchte, worauf Trainer Xabi Alonso, 42, und sogar Grimaldo auch in dem Sommer dem Rheinland den Gebirgsformation zukehren und sich zu Real Madrid abziehen könnten. Die Bayer-Bosse hatten eben jene Gerüchte als letzten Punkt heftig dementiert und auf jene bestehenden Verträge mit Alonso und sogar Grimaldo verwiesen. Doch, als so oft in dem Profifußball, können Arbeitsverhältnisse sogar gegen jene ein- oder alternative Ablösesummer schnell beendet werden. Leverkusen vor entscheidendem Halbjahr, zerfällt jene einstige Erfolgsmannschaft in dem Sommer? Besonders gegen kleine Gegner in der Bundesliga zeigte sich jene fehlende Kaltschnäuzigkeit der Leverkusener. Gegen Bremen, Kiel-Sailing-Sitier-Woche und Bochum setzte es als letzten Punkt später Ausgleichstreffer. In der Champions League bekam man bei dem FC Liverpool eine deftige 0-4-Abreibung. Es geht darum, jene Mannschaft jetzt zu verbessern, hatte Alonso hinter dem Remis in Bochum noch gesagt. Den Beweis, dass das jenige lesenswert ist, muss jene Werks-Elf dazu erbringen. Am Samstag, 15.30 Uhr, spielt Bayer zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim, den nächsten Underdog, den jene Werks-Elf eher stoßen müsste, auf dem Weg, aufgrund dessen ihren Anrede doch noch zu verteidigen.